eine machen wir noch, eine machen wir noch, eine geht noch, genau dabei sein, eine Runde noch, jetzt nochmal, und los geht's, 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 ist das fast geht rückwärts, so ist das kalter Zitronentee, 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 wahr? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert gar nicht, oder? Doch, spiegende Rehe finde ich toll. Also ich muss sagen, das ist so eine Schleuder- Plattform. Oh, das sah lustig aus. Ja, bei dir auch. Quetsch. Bands. Oh. Ja. Wer will? Die ganz gut passen. Ja, wir müssen sowieso beide. Achso, du hast auch recht. Hui. Na gut. Ja, guck, das ging doch schon mal schnell. Das ist ja jetzt sehr professionell aus bei uns beiden. Das war schon? Das ist wieder ein Ending. So, mach mal. Das ist ja erst mal relativ simpel. Glaub ich. Aua. Ach, da ist noch eine weiße Wand. Ja, die muss ich dann wohl, ne? Warte mal. Ja, ich darf jetzt auch nicht... Wenn ich jetzt hier durchgehe, sind die weg, ne? Warte mal. Ja, ja, warte mal. Bleib mal da. Nein! Du hast das kaputt gemacht. Ähm. Alles wie vorher. Also musst du die da hinschießen. Warte, du stößt also dagegen. Und... Da komm ich nicht mehr ran. Äh. Aha. Ha. Ja. Nichts weiß es mehr? Ne. Warte mal. Ja. Guck mal. Du kommst da rein. Ich komm nur noch rüber. Ach, ich kann ja auch einfach durchgehen. Ich wollte grad schon wieder springen. Da oben doch wohl nicht. Ja. Ach, da! Oder? Ja. 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 Das war zu einfach. Einfach durch das Loch. Da ist einfach eine Bohrung. Hui. Wie langweilig. So. Jetzt musst... Ähm. Warte. Jetzt musst du dasselbe machen, ne? Ja. Kann doch nicht. Warte mal. Ach, nee, warte mal. Du schießt dich jetzt. Nee, auch nicht. Ich hab jetzt hier eine weiße Wand auf jeden Fall. Hier. Hier so. Quasi. Ja. Ach so. Ja, warte. Ja, klar, warte. Nee, kann ich auch nicht. Ja, du kannst auch da... Ach, doch. Ich würde das da hinmachen. Jetzt springen wir direkt rüber. Warte mal. Ah, nein. Jetzt sag ich nicht. Ja, gut. Ich spring du schon mal rüber. Nee, kannst du auch nicht? Doch, kannst du. Wenn du bist auf die Plattform gehst, bist du hinten landen normalerweise. Oder? Ja. Jo. Jo. Okay. Dann muss ich da nur noch irgendwie hinkommen. Ähm. Nur wenn ich da jetzt durch diese Wand gehe, sind ja meine Portale weg. Das hab ich hier natürlich gut gemacht, ne? Äh, ja. Warte, ich komm auch nochmal zurück. Nee, warte. Nee, warte. Ähm. Oder kann... Nee, kannst du auch nicht. Oder? Warte mal. Warte mal, wenn du da oben... Nee, ich bin da unten. Warte. Du musst ja wieder da hoch springen. Ja, ja, ja. Ich wollte gucken. Ähm. Warte mal. Ähm. Dann schreie ich da rüber. Ja. 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 Du kannst du... Nee, kannst du auch. Kannst du die... Kannst du dieses Ding da hinten anschießen? Auch nicht, ne? Ah, nee. Da oben kannst du auch nicht. Scheiße. Ich hab von den Denken die gerade... Äh... Hä? Wie ist das denn jetzt gemacht? Achso. Ja, ja, ja. Das ist ja noch eins. So gut, so gut, so gut. Ja, ich muss ja mit dem Portal denken. Ja, ja. Das müssen wir, glaube ich, schon mal so lassen. Ist da hinten keine weite Wand, wo du da landest? Das wäre einfach, wenn du ganz doof durchgehst oder sowas? Nee. Oben, unten, links, rechts auch nicht? Ja, hier vor mir nur eine. Aber warte mal, wenn ich da oben da... Aber wie komm ich denn da rüber? Dann bringt ja nichts. Ah, du schießt dich da rüber? Ich will grad viel Hilfe hier. Voll überfordert. Ja. Ähm. Boah, ein 3-, 4-dimensionales Denken. Das ist mein Ding. Warte mal. So, warte mal, wenn man da... Dann wird man wieder unten. So, ich komm... Du kommst da rüber. Ich aber nicht. Weil ich die Schlosswand hier habe. Ja, wenn du da jetzt durchgehst, sind dann der Blauen wieder weg. Ja. Wenn nicht. Hä. Ach. Aber warte, komm ich da hoch? Nee. Was ist das, wenn du da ein gelbeschen schießt? Warte mal. Wenn du da jetzt ein gelbeschen schießen würdest. Weil dann komm ich ja nicht da hoch. Wenn ich da hoch komm. Ich will auch mal gucken. Ich geh jetzt auch mal da durch, so. Jetzt suche ich nur nochmal... Ach nee, warte mal. Ist auch doof. Ich muss ja erst wieder da rüber. Jetzt muss... Nee, du musst jetzt anfangen, ne? Oder? Muss ich anfangen? Nee, du musst anfangen. Nee, ich kann... Warte mal. Ähm. Pizza rüber. Ha. Ja. Haha, warte. Hahaha. Hahaha. Okay. Na warte, dann schieße ich mich mal da rüber. Ja und? Das bringt ja nix. Warte mal. Ja. Kann ich jetzt das... Nein, du musst dann diesen Durchgang machen. Das Loch bohren quasi. Ach so, genau. Das muss ich ja jetzt machen. Warte mal. Ich wollte mal ein Loch. Genau. So. So. Und jetzt sind wir wieder... Und jetzt ist du mal dein... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Jetzt kann, wenn du jetzt... Ah, ne. Geht auch. Scheiße. Wenn du jetzt zurückgehen... Wir sagen gerne noch ein so ein Buch und noch. Ich war das gar nicht, ne? Ich war das gar nicht, ne? Warte, hätte ich dich hier drüber geschossen. Anni, ne, mach du mal dein Portal bitte dahinter. Ein gelbes. Ob sie so weichste finden. Da. Genau. Das wieder drüben gucken, bitte. Jetzt fliegt es nach oben. So, hier ist. Ach Gott, ey. Hey, hallo. Wir haben es geschafft. Hä? Ja, hier. Ach, wie doof. Ach, ne, ey. Ja, es hat sehr gut geklappt. Ja. Ja. Gewusst wie. Gewusst wie. Das ist eine super Vorstellung. Ja, einen Raum machen wir noch. Einen machen wir noch. So, jetzt kommen wir uns. Gewusst wie. Oh Gott, wie doof, ey. Aua. Schön. Und dein, schieß, dein, schieß. Das Knopf. Warte, musst du mich jetzt da rüberschießen? Oder ich dich da rüber? Warte mal. Hier ist, hier ist, hier ist eine, hier ist wieder so eine, äh, Sprung, so eine, so ein Schleuder. Da liegt so ein Würfel so ganz, lecker am Rand. Wo bist du denn jetzt da? Ich vermute mal, ich vermute mal, dass der Würfel da hinten hin muss, ne? So, wenn du jetzt, müsstest du eigentlich da hoch fliegen. Warte mal, ich fliege. Ganz vielleicht im Flug fangen. Oder auch so. Oder so. Ähm. Okay, das war jetzt unerwartet. Äh, das wollte ich, das wollte ich nicht. Halte Taste. So, jetzt muss ich da mal rüber, ne? Ach, ich muss den wieder angeben, ne? Ach, nee, ja, genau. Richtig. Warte, dann. Geht das? Aua. Ja, geht. Ach, nee, warte, hier oben brauche ich den noch gar nicht. Also, ist da kein, ist da kein Schalter? Nee, doch, aber da geht die Wand hier auf. Ja, und? Da kommen wir schon an? Ist doch gut. Ach, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Muss ich da drauflegen. Ja, genau. Liegst du hier drauf? Das ist ja auch. Nee, Schalter. Ach so. Jetzt müssen wir uns gegenseitig darüber schießen, ne? Genau. Oder ist ja eigentlich egal. Ach, wir müssen noch hin und her schießen, die geht nicht weiter. Ich muss hier zwei Portale. Au. Während, bevor du springst, mache ich dann ja zwei Portale, ja? Ah, okay. Das soll direkt drüber fliegen. Ich mache jetzt zwei Boom. Ist das schon da? Ja, immer einen Schritt voraus sein. Ja, das, äh, muss man. Wenn du im Leben weiterkommen willst, immer. Schieß dich mal da rüber. Hui. War, wo? Da ist jetzt wieder, was ist dein? Äh, ne weiße Wand. Ne weiße Wand? Ja. Das heißt, kann ich so machen? Dann kann ich, kann ich so machen? Ja, stimmt. Hui. Wisst ihr, wer nach dem Chancen-Aufels-Erlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Yeah. So, hätten wir das geschafft. Komm doch einmal tanzen. Zum Abschluss, wo bist du? Ja, ja, ja. Robot Dance. Jawohl. Wer hätte das gedacht? So. Ja, haben wir noch ein gutes... Ach Gott, so wäre der Titelstunde gebraucht dafür. Das ging ja schnell. Die eine Klappangreide war ja... Ach, war doch ein Klacks. Ja, also mit diesem Rätsel kann man uns ja auch nicht hier irgendwie beeindrucken mit. Echt? Das ist ja alles Pille-Palle. Ja. Wo sind wir denn hier? So. Richtig. Wo wir sind, ist allerdings am Ende von diesem Teilchen hier. Super. Hast du eine Überleitung zum Moderatorwerden vielleicht oder so. So, ich mach hier mal wieder Stopp. Und dann halt bis zur nächsten Folge. Gedenst in Genskirchen-Zeug. Und so. Bye. Ciao. Bye. 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 Bye.